Pyrus, jetzt gibt es für euch das Bombenrohrfestival vom Panda. Drei dicke Bombenrohre, 30 mm meine ich war das, der Lieber, die kriegt ihr jetzt auf den Ohren. Die müssen auch sehr extrem sein. Mein Effekt war auch sehr, sehr krass. Schöne Ausbreitung und wir starten mit dem ersten Panda Bombenrohr. So, Bombenrohrfestival, erste Rohr nicht geschossen. Sehr schön. Wir machen gleich das zweite Rohr. So, ich versuche immer das Klebeband abzumachen. So, nochmal Euro 2, weggeschossen. Ja, die sind ganz angebracht, ich denke. Die sind auf jeden Fall, würde ich sagen, empfehlenswert. Ich war, glaube ich, gar nicht so teuer. Für die Größe schon, geile Sache. So, und Nummer 3, das letzte Bombenrohr aus dem Bombenrohrfestival-Set. Das war schön. Das sind doch geile Bombenrohr, Leute. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und das war's mit dem Video. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. num الد